Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Weg. Der junge Jesu aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit, dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel, er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen. Gelobter Jesus Christus, heute am Samstag, den 20. Juni 2020, nach dem Hochfest des heiligsten Herzen Jesu, feiern wir das Fest des unbefleckten Herzen Mariens. Das Fest wurde bis zur Liturgiereform am 22. August gefeiert. Im römischen Missale von 1970 ist es dann auf den heutigen Samstag festgelegt. Den Tag nach dem Herz-Jesu-Fest. Die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens hat bereits eine längere Geschichte. Schon der heilige Johannes Öd, der im 17. Jahrhundert lebte und den der heilige Papst Pius X. den Urheber, Lehrer und Apostel der liturgischen Verehrung des Herzens Jesu nannte, hatte die Verehrung des Herzens Marie in enger Beziehung mit der Verehrung des Herzens Jesu gesehen. Papst Pius XII., der von 1800 bis zu seinem Tod 1823 sein Pontifikat innehatte, hat die liturgische Verehrung des Herzens Mariens gut geheißen. Und Papst Pius XII. schrieb 1944 das Fest für die ganze Kirche vor, nachdem er am 31. Oktober 1942 aus Anlass der Fatima-Feierlichkeiten die ganze Menschheit dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht hatte. Unter dem Symbol des Herzens Mariens verehrte Kirche die einzigartige Liebe der Mutter Jesu zu Gott und zu ihrem Sohn und ihre mütterliche Liebe zu allen Menschen. Die Lesungen aus der Heiligen Schrift wollen uns auf diese verschiedenste Weise auch immer auf das eine hinführen, auf die Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes ist in ihrer Tiefe für uns niemals ganz zu erheben. Denken wir an Jesu Erbarmen mit den Sündern. Wenn Gott so mit dem verfährt, der ihn beleidigt hat, was wird er dann tun, um seine Mutter zu ehren, die Unbefleckte, die Allerheiligste Jungfrau, die Allzeitgetreue? Wenn die Liebe Gottes sich da schon als so groß erweist, wo das Fassungsvermögen des oft verräterischen, menschlichen Herzens so gering ist, wie wird diese Liebe im Herzen Mariens sein, die dem Willen Gottes niemals auch nur das geringste Hindernis entgegengestellt hat? Wir können in unserem menschlichen Unvermögen, in unserer egoistischen Blindheit, in unserer Verschließung in uns selber die Weite der Barmherzigkeit Gottes nicht wirklich erfassen. Dies müssen wir einsehen, ohne darüber trostlos zu werden. Aber wir können uns den Worten Mariens anschließen, in denen sich die größte Demut mit der größten Verherrlichung verbindet. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Von nun an werden mich selig preisen, alle Geschlechter. Großes hat an mir getan der Mächtige. Der heilige Josef Maria Escriva betete, Liebenswertes des Herzens Mariens. Gib uns Kraft und Sicherheit auf unserem Erdenweg. Sei du selbst unser Weg, denn du kennst ja den Pfad und die sichere Abkürzung, die über deine Liebe zur Liebe Christi hinführt. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017